So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ähm, breit. Hau rein, Baby. Mein Baby war beim Frise. Was ist denn die Katze oder den Goncho? Was? Du hast gesagt, dein Baby war beim Frise. Mein Blasi-Hasi. Hi, David. So. Ja, genau. In dem Haus habe ich immer Schiss. Lass brennen. Du hast gesagt, deine Katze. Aber den Herd hier hätte ich gerne. So einen alten, ne? Der hier? Ne, ne. Komm dir leid. Ach, der da. Was war das denn? Der hat sich wohl gedacht, der zeigt sich immer. Jetzt habe ich aber einen Kackstift. In der Hose. Ja, der unterschreibt. Der käme ich gleich in der Hose. Schönen Körper, Trissi. Der ist ja, aber da machen wir action. Also, das wird wieder eine Folge, wo ich nur schreie. Do you want to play with me? Hier, hier. Hier ist er. Das ist eine gute Puppe. Ectoplasma. Ectoplasma. Das sah nicht so gesund aus gerade. Fingerabdrücke. Du bist du hier. MF kann das noch sein. Staffelei ist raus. Gefrier. ESG. Box ist draußen. Also Fingerabdrücke. Fingerabdrücke und Ectoplasma. Okay. Danke. Do you want to play with me? Ich bräuchte noch die Staffelei. Normalerweise kommt hier der Ball angerollt. Die hat das schon. Für was bin ich jetzt hier im Auto? Oder im Zelt? Ich mach ne Glasi-Hase. Mit deinem aufreizenden Kleid, du. Hab ich überhaupt was an? Ja. Jeanshose oder so. Ja, Jeanshose. Okay. In den Oberteil. Okay. Hast du gedacht, du bist nackt? Ja. Vielleicht wäre das dann schon anreizend für dich. Dann bist du nicht nackig. Ladi, Ladi. Irgendwann werden wir in Game heiraten. So. So. Schnucki ist bei 65. David bei 71. Und hier ist hier und die Gondeln so um die 80 rum. Brauchen wir jetzt noch irgendwas hier? Ne, wir haben alles hier nur. Okay. Für mich ist das die letzte Runde, hab ich gesagt. Okay. Sieht gerade aus wie ESG. Diogen. Na dann wäre es ein Diogen. Sag. Also ESG einrahmen oder was? Ja, ich hab's jetzt eingerahmt. Okay. Wieso hast denn du n Yurai? Hä? Eingerahmt ist eingerahmt. Findet die sitzenden Menschen Silhouette mit dem Extroplasma-Glas, führen sie ein Ritual auf dem Pentagramm durch. Moment. Wie macht man das? Do you want to play with me? Ach, jetzt weiß ich, warum das nicht geht. Do you want to play with me? Ne, auch nicht. Ich bin so weit weg. Do you want to play with me? Oder do you want to play football with me? Dann nicht. Dann schlägt dir bei sonst wehen. Oh, guck mal, hier kommt er. Danke. Also mit mir hat er dabei gespielt. Magna. Keine Bankangeber. Magna. Nee, das klappt nicht bei mir. Ach, jetzt hat's geklappt. Oder auch nicht. Hä? Was suchen wir jetzt eigentlich? Ist es wie das oder wie heißt? Alter, der jagt mich hier, oder was? Führen sie ein Ritual auf dem Pentagramm durch. Achso. Der Pentagramm ist mal fest. Das ist abgeschlossen, oder was? Das ist das Einzige, was wir noch brauchen. Okay. Das ist für mich aber dann auch die letzte Runde, na jetzt. Ich krieg schon wieder Hämorrhiden am Arsch. Und morgen ist ja auch noch ein Tag. Und morgen ist ja auch noch ein Tag. So zwar ein kurzes Video für euch, aber... Leben ist kein Porniohofer. Okay. Du musst das Pentagramm noch durchführen. Mach ich gerade. Okay. Wo ist denn ne Pentagramm? Okay. Okay, abgeschlossen. Und jetzt fünf Finger finden. Und du solltest dir mal ne Pille nehmen, Stefan. Du siehst nicht mehr geistig gesund aus. Ach, sind dann nur die fünf Finger. Eben, fünf Finger einwerf, fertig. Ein Finger hab ich. Ich hab auch einen. Wo kommen die hin? In den Keller. Ich hab auch einen. Da hab ich schon drei. Hab wieder einen. Ja. Hab noch einen. Okay. Und weg damit. Der Keller. Ja, immer noch da, wo wir füllen auch mal. Ich find das doch wieder nicht. Ich verlof mich doch mal an dem Scheißhaus. Einfach dem hübschen Mann, Jente. Ernsthaft? Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ja, ich hab da viel gespielt. Und wir wünschen euch noch einen schrösschen, schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja. In diesem Sinne. Tschüss. Tschö.